Ich weiß jetzt nicht, ob du zu leise bist für den Spiel-Sound. Tja. Da werden wir sehen. Wenn nicht, hoffe ich, dass ich es im Ingame dann noch unterregeln kann. Ja, es müsste irgendwie möglich sein, dass das separat aufgezeichnet wird. Also das Sprechen vom Discord. Weil dann kannst du so schön laut zören, wie du willst, deinen Sound. Gibt es, ja. Achso, gibt es, aber es kostet wahrscheinlich. Ja, ich glaube nicht so viel. Ich habe bloß mehr Angst, dass es mir dann doch noch ein bisschen mehr Ressourcen klaut. Also Rechner-Ressourcen-Rechner-Kapazität. Also nicht Speicher, sondern halt. Ist das nicht so ein separates Teil, was du außen hinlegst? Hauer. Was deine eigene kleine Video hat? Nee, sowas kenne ich nicht. Ich kenne nur die Software-Lösung. Vielleicht gibt es doch andere Lösungen. Drücke 1 und 2, um die Fähigkeiten gewählten Platz einzusetzen. Genau, du hast ja am Anfang nur eine Fähigkeit. Ich habe jetzt schon zwei, weil ich jetzt schon ein bisschen weiter bin. So, um dich zu heilen, musst du ihn töten. Aus dem Nahkampf, glaube ich. Ich muss mich selber wissen. Bei jedem ist das ein bisschen anders. Oh, okay. Oh, nachlass. Da schießt noch einer hier. Ey, hier steht er direkt vor mir. Also das ist ein sehr offensives Spiel. Ah, okay. Um dich zu heilen, musst du Leute töten. Ja, was sammle ich denn hier ein? Munition. Ich bin voll, scheinbar. Gegenstand aufheben. Hier sind Sachen irgendwie. Damit ich bin jetzt reifbar. Das Blaue, was ich jetzt gemacht habe, ist meine Fähigkeit. Ah, hier unten ist noch eine Kiste. Das ist Munition. Ah. Erkennt sich schon voll aus. Ja, ich habe da die Demo gespielt. Ach ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob du Division gespielt hast. Du kannst auch vor der Deckung, du bist jetzt in der Deckung, an der Deckung anvisieren und da hinbleiben. Wie mache ich das? Also du bist jetzt in der Deckung? Ja. So, und dann müsstest du auf dem, an einer Ecke, auf anderen hingucken. Aber bei dir kannst du jetzt nicht wachen, weil du da vor bist. Was ist Schaden? Lass uns die erstmal töten. Und die Fähigkeit nutzen. Stimmt, ich muss mal meine Fähigkeit nutzen. Ich habe die noch. Mann. Also die Steuerung komme ich noch nicht so richtig klar. Habe ich einen umgeworfen hier oder was? Was ist er tot? Mann, nein. Meine Fähigkeit, dass ich Raum und Zeit verlange, glaube ich, richtig gut. Oder fliegen kannst du nicht cool, oder wie auch falsch. Renn, lauf, lauf. Kann man Granaten schmeißen, oder sowas? Das kriegst du wahrscheinlich alles los. Ja, aber Granaten werfen ist, glaube ich, der Technik, ich weiß es nicht, dass du das kannst. Deckung, aber. Na ja, jetzt ist es doch einfach. Es wird doch richtig schwer, dann. Die Steuerung ist auch noch nicht so. Da, wo ich sie haben möchte. Wo hast du denn Deckung und sowas? Deckung habe ich auf Leertaste. Warte, lass mich nicht zu weit rennen. Das passt eigentlich. Wir wollten noch, äh, kurz fügen. Ah, ja. So. So, jetzt. Also, komm zu mir. Ich gehe in die Deckung, so. Da sieht sie ja eine Mitte den Punkt bei mir in dem Bildschirm. Da kann ich da hinten auf dieser Festung, drückt dann Space gedrückt, und dann rennt er da hinten. Müsstest du auch jetzt sehen. Ah. Ah, okay. Ja, geil. Hier ist noch eine Kiste da hinten. Genau, das ist Munition. Die eckigen Kisten, das ist, äh... Hatte sie die aufgehoben? Oh, jetzt haben sie wieder rum. Die eckigen Kisten, äh, sind... Loot, aber... Okay, jetzt kommen zwei Hedra-Gegner, was heißt. Aber warte, ich muss die mal ein bisschen lauter machen. Ja, ich muss auch lauter machen, das Spiel ist sehr laut. Ich höre mein eigenes Wort fast gar nicht. Ach so. Obwohl ich das auf meinem Headset eingestellt habe, so, dass ich das höre. Das kann nicht real sein. So, jetzt soll das, glaube ich, passen. Einen ist ein Totenkopf, Alter. Was ist jetzt? Alter, ich bin aus dem Spiel raus. Was? Also, es hat mich auf den Desktop geschmissen. So. Hinter dir ist auch ein Gegner. Ah, ich kann nicht rollen, um Flammen zu beschreiben. Ey. Funktionen. Geil. Du hast mir irgendeinen Boost gegeben, Alter. Echt? Habe ich das? Glaube schon. Die blauen Balken über dir? Dein Leben? Weiß ich nicht. Über deinen Lebensbalken links unten. Ist da ein blauer Balken gewesen? Nee, 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 nee. Ja, das war es jetzt, glaube ich schon. Das ganze Spiel. Ja, ich habe es durchgegriffen. Das ist auch gut. Nein, das ist für den Statt. Ach so. Ich muss mit dir durchgehen, nicht. Was? Wer zur Hölle bist du? Guck einfach zu. Mhm. Outrider. Unmöglich. Welch ungenutzte Kraft. Welch Verwirrung. Du willst antworten. Egal, was du früher warst. Jetzt bist du etwas Neues. Ein zweites Leben. Junge, er ist Bauchredner. Er hat gesprochen, ohne seine Lippen zu bewegen. Lord Seth. Er ist verändert. Ich bin ein kleiner Mann. Kleiner Mann. Verändert? Was soll das heißen? Du. Du weißt nicht, was du bist. Trottelt Paula, also. Mach es mal auf. Hab ich nicht, ist meine. Ja? Wenn du echt ein Outrider bist, kämpfst du auf der falschen Seite. Hä? Was redest du da, Mann? Ja, ja, ja. Der Grand Marshal erklärt es dir. Komm. Ja. Schön. Haben wir auch all so einen Vollidioten im Spiel. Ja. Oder ich dachte, ich bin's. Nee, du nicht. Ja. Welches Level ist der Beutel eigentlich? Im Kackhoff? 20 geworden gestern. Oh. Also er hat dich ein jetzt. Welches Level war ich denn gewesen? Ich weiß nicht, 20. Du verlierst ab 20 irgendwie immer die Lust. Tja. Warum eigentlich? Verstehst du nicht? Ich teste nur die Neuerung und dann... Ich... Weil Handmann-Hauptspiel ist irgendwie. Ja, aber Hand wird auch langweilig mit der Zeilung. Überhaupt nicht. Dann tut, was ihr tun müsstet. Du hast so wenig zu tun, Alter. Zwei Maps. Ja, und? Aber es kommt ja auf den... Kampf dann. Das muss die Re. Ja, doch. Aber... Den Kampf hast du ja auch in... Ja, nicht so krass wie in Hand. Das stimmt schon, weil... Du willst mich doch verarschen. Ja, hast du einfach mehr Möglichkeiten. Ja, da wird viel gelootet auch, so. Ja, vor allen Dingen sind die Kämpfe recht schnell vorbei. Zumal, wenn du es... Wenn du den Kegner nicht siehst. Ja. 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 Wer ist das denn, die grauhaarige? She-Ra oder wie die hieß. Das war die, die am Anfang... Die Junge war. Ah, echt? Ja. Ja, sie hat ja irgendwie... Im Moment, dass er 31 Jahre gepennt hat, während sie hier... Die Outriders hätten... Die Outriders sind tot. Was? Die Anomalie hält uns in diesem Scheiß-Tal fest. Wir können nirgendwo... Hm. Verstehst du nicht, oder? Denkst du, du träumst? Das ist real. Glaub mir, verdammt real. Ob's dir gefällt oder nicht, du steckst hier fest in Matsch und scheiße. Wie der Rest von uns. Du hättest nie aufwachen sollen. Ach. Weil das hier verpassen lässt. Grant Marshall, wir kamen zu spät. Die Bluthunde brachten ihn in den Untergrund. Tja, holt ihn zurück. Es ist unsere Seite, aber nicht unser Revier. Ich will wegen Jakob niemanden verlieren. Jakob? Er ist noch am Leben? Tja, nicht mehr lange, fürchte ich. Dann werde ich ihn suchen. Ma'am? Ma'am? Vergiss es. Wird schon erledigt. So kann man es auch machen. So sieht es aus. Andere, die Drecksarbeit. Was ist jetzt? Weltstufe 2? Genau. Wir haben das auf... Ach du Bewegungsunschärfe ausgemacht? Ja, ne? Ach so, nee. Habe ich vergessen. Machen wir mal Weltstufe 2, ja? Ja, automatisch. Oder passiert das automatisch? Ah, okay. Auch automatisch drin. Okay. Warte mal, ich bin mal schnell Bewegungsunschärfe ausgemacht. Machen, das stimmt. Anzeige. Bewegungsunschärfe aus. Na gut. Okay, dann gehen wir mal zocken, wa? Ne. Wir rennen doch... Wo ist denn das jetzt? Hier müssen wir hin. Oben links der Karte, oben den Sternchen vorn. Oh, hier sind nochmal Dokumente da. Dokumente über Dokumente. Die Dokumente der Dokumente. Die Dokumentation der Dokumente. Was gibt's erneute Schönes im Fernsehen? Blumen! Was? Da kennst du's nicht von King of Queens. Da war das denn nochmal gewesen. Die war doch... Die war doch... Hatten doch so ein Wochenendeausblick mit ihrem Chef gemacht. Da war das doch mit den Dokumente, der Dokumente, bla bla bla. Ich glaube, wir müssen hier hin. Schon wieder ein Tagebucheintrag, alter. Alter. Ich habe nicht... Jakob lebt. Ich hasse es. Ich könnte es löschen. Instant. Tagebücher. Ja. Lesen hält mich auf. Hallo? Jemand zu Hause? Arschloch. Mach auf. Verschwinde. Aha. Mein Charakter erinnert mich irgendwie auch an Neymar. An den. An Neymar. Den Fußballer. Ich kenne ihn nicht. Brasilianischen, glaube ich. Kennst du ihn nicht? Ich kenne mich da nicht so raus. Ja, ihr geht da draußen vor. Ja, ich auch nicht. Ich bin jetzt auch nicht Fußballfan, aber ich habe das letzte Mal in der WM. Hat er sich doch so schwer verletzt. Also WM ist auch das Einzige, was ich irgendwie gucke. Laufen die hier für dich auch hier drin langsam? Ey. Wenn ich die Blase aufmache? Ich war nicht... Ja, wahrscheinlich auch. Ich war nicht drin. Ja, ja. Von außen. Ob du das von außen gesehen hast. Ach so. Irgendwie nicht, glaube ich. Ich mach doch mal. Warte, komm mal mit. Was? Oder werde ich das mal testen, ob du das auch so siehst. Boah, er hängt einfach überall. Na, warte, ich muss jetzt mal wieder aufladen. Oh. So, jetzt geht's los. Ich komm zu dir. Oh ja, doch. Also hier drin, ja. Ich muss mal drauf achten. Wenn du draußen bist. Ja. Ey, meine Pistole. Hast du eine Schrotflinte gekriegt? Nee. Irgendwie nicht. Du? Noch nicht, aber ich mein... Ich bin gleich im Arsch, aber... Ich bin gleich tot. Du musst töten im Nahkampf. Du musst deine Fähigkeiten einsetzen. Ähm, Zoll. Ach, Zoll sei schon. Hm, Karsten. Karsten, Zoll. Kannst du mich eigentlich wiederbegeben? Oh, ist ja cool. Also, du... Du heilst dich durch, äh... Mit deinen Fähigkeiten, wenn du die tötest oder so. Ja. Okay. Ist bei allen ein bisschen anders. Aber bei dir, glaube ich, schon. Du musst im Nahkampf töten. Ja, es stand, glaube ich, bei jedem irgendwie. Ja, nee. Ach so, im Nahkampf. Bei mir war das mit Fähigkeiten oder so. Ah, ja. Warte mal. Ich habe, glaube ich, einen totgeschlagen. Dann siehst du unten immer grüne Pluszeichen bei dir. Was war hier mit Gegenstand? Ich würde ja gerne mal ein paar Granaten schmeißen, aber das gibt es ja nicht. Dann siehst du nicht. Ich war ein... Ja, also bei mir, ich töte, äh, ich krieg Heilung mit, äh, meine Fähigkeit, wenn ich die damit töte. Oh, du musst nachlassen. Du weißt, du hast auch einen Nahkampf, ne? Ja. Du musst bloß erstmal einen Dapf dienen und zurecht kommen. Damit heilst du dich, glaub ich, auch. Musst du gucken. Oh, der Nahkampf lebt mir auch. Okay, irgendwie hab ich die Knochen gebrochen. Wie wechsle ich denn immer die Waffen, Alter? Äh, Kuh ist das, glaub ich. Hm. Und wenn du gedrückt hältst, gehst du auf Pistolen. Ah, gedrückt halten. Ah, okay, das muss ich, das wollte ich wissen. Ich hab irgendeine rostige Schrotflinder eingesammelt. Kannst du ja auswählen. Wo steckt Jakob? Mit I oder Tab, ich weiß es nicht, was ich sag. Aha. So, wo steckt Jakob hier? Was macht denn deine Fähigkeit? Warte, wir haben hier noch Kisten, du musst zurückkommen. Ach so. Hier sind jetzt Kisten aufgetaucht. Wieso hat er jetzt gerollt, äh, ist er jetzt gerollt, Alter? Ich hab da gar nichts gemacht. Wenn du manchmal auch zweimal die gleiche Taste drückst. Ach so. Kannst du aber auch ausstellen. Ne, das find ich eigentlich ganz gut. Besser als Steuerung drücken. So, wir haben, glaub ich, alles gesammelt, oder? Warte, ne, hier ist noch ein Raum. Hier ist auch eine Kiste drin. Der Fuchs, wie er sich auskennt. Wenn's um Loot geht. Da ist der Dober nicht fern, Junge. Ja. Ja, ist er da Mann fürs Grobe. Ich nehm alles mit, was glänzt. Ja. Na, heb's auf. Danke. So, haben wir jetzt alles. Die ist auch noch ein Raum offen. Hier ist nix, ne? So, jetzt geht die Steuerung schon viel besser irgendwie. Munitionskiste leuchtet immer scheinbar. Ich leuchtet immer. Ich hab Munition aufgefüllt, obwohl ich schon dreimal in der Kiste stand. Schon wieder. Ja, kann's wohl ewig machen. Oh, hier ist auch noch ein Loot. Ach, ich rüste das direkt immer aus. Ich will's mal aufheben. Oh, ich Idiot. Naja, egal. Ach so? Ja, wenn man gedrückt hält, dann rüstet man's direkt aus. Ah. Schöne Augen! Hey! Oh, das tut mir leid. Ich hab gedacht, das wär das Damenklo. Ja, und die anderen schießen vorbei auf zwei Meter Entfernung, Alter. Ja, wie geht's dir? Ich hatte alles unter Kontrolle. Bislang erher. Kennen wir uns? Ach, das ist der, der den Laster gefahren hat. Du bist tot, wenn du dich nicht bald bei She-Ra blicken lässt. Echt? Ich hab überhaupt keine Ahnung, ey. Na gut. Ich kann mich nachher nie merken. Nee, ich auch nicht. Aber das Gesicht hab ich erkannt. Bloß war bloß ein bisschen gealtert. Bist du ein geiler Typ, ey. Deine Skills, Junge. Will ich haben, ey. Wahnsinn. Oh, hier vorne was goldenes. Nee, jetzt nur damit du zu Hause reist. Ach so. Der alte Penner will einfach nicht sterben. Ja, dann nehmen wir mal, oder? Ja, ja. Lager. Zack. Ich weh, ich will ins Lager. Dopa bietet um die Teleporter-Anlage und muss, äh, was drücken. Was muss ich denn drücken? Steht das bei dir nicht? Escape zum Hut? Nein, was? Dopa, Alter, nein. Z, was ist Z? Keine Ahnung, was schickst du das? Mann. Scheiße. Alles klar. Was, wo bist du denn? Was ist gerade dein Bild? So, jetzt, jetzt drücken wir nochmal E. Jetzt. Reiß mal zum Lager und ich sag okay. Schnellreise, wie denn? Was? Ich hab keine Knöpfe, Alter. Ja, du musst mit der Maus über das Lager fahren und dann einfach rauskasten. Du bist auch so ein Spiele-Gamer-Szeniker, ey. Aber, äh, ich fahr drüber, er macht nichts, Alter. Der linke Maus durch. Ach, hier ist es. Ja, ich drücke. Ah, jetzt. Ah, jetzt kann ich bestätigen. Y. Bestätigen. Ah, jetzt. Ah. Jetzt. Alter Mann. Junge, das muss ich erst mal verinnerlichen. Du hast da Tarkov gespielt. Ich bin da Tarkov. Da gibt's keine Schnellreise. Ja, war komplexer, das Spiel. So. Ja, doch. Aber es hat ja auch eine Weile gedauert, ich's kapiert hab. Jetzt lass uns erst mal gucken, was wir hier so für Klamotten gekriegt haben. Waffenmäßig und so. Ja. Hier, hier stehst du. Bei diesen Pellern. Gibt's hier was? Schrotflinte ist auch nicht geil. Äh, ist nicht schlecht, ey. Ja. Aber, ich will das jetzt erst mal... Oh, ich hab ne bessere Waffe gefunden. Ich will essen. Was? Was schreit da einer? Der cheatet. Der cheatet. Echt? Ja. Der cheatet. Der cheatet. Der cheatet. Ja, ähm, Ressourcen, warum nicht? Du kannst es auch verkaufen, ne? Aber ich denk mal, Ressourcen für Craften später ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Mal so, mal so. Ich glaub, jetzt müssen wir mit der bekloppten Perle reden da oben wieder. Klasse. Oh, ey, Alter, was ist denn das hier? Übelster Stammbaum, hätt ich fast gesagt. Kannst du ja übelst verbessern. Bezwinger, Perserker. Ach, Talentbau meinst du? Hm, genau, das Wort hab ich gesucht. Ich hab auch ne neue Fertigkeit, die dritte. Hä? Nein, was macht der denn immer? Hm? Äh, Verkauf, so rum, genau. Hab ich das noch nicht an? Also, Assasine find ich geil. Bis jetzt. Warum hab ich eigentlich keinen Helm? Ach, ich hab Helm aus... Ich lass das Helm nicht anzusehen, okay. Ich dachte, ich hätte es verkauft. Kriege ich dafür auch Schrauben oder was? Oder gibt's ja noch Geld. Gibt's beim Händler wahrscheinlich auch... Hm? Ich glaub, du kriegst Splitter dafür. Irgendwie nicht. Ja, Hohensohn hat mir keine gegeben. Na ne, Ressourcen. Hat mir Schrott gegeben? Ressourcen, ja. Du kriegst Ressourcen dafür. Mhm. Okay. Also, es ist Ressourcen-Niveau anscheinend. Ja. Da halt ne Schrauben unter, den als wäre. Okay. Ein paar verrostete Schrauben, aber geil. Aber ich werd mir ein bisschen nichts kaufen, weil... Ist ja ein Loot-Shooter, also... Ja. Und wir müssen zu der alten wieder hoch. Die nervt... Ich bin nichts Gutes. So... Ich hab schon gedacht... Ah, jetzt. Der Bauch hat uns wieder da. Der wird dann Taschenlappenaugen. Na, weil er tun und lassen kann, was er will, verdammt. Hey, na bin ich froh, mal ein bekanntes Gesicht zu sehen. Du siehst aus wie damals. Und du bist alt geworden, mein Freund. Das auf dem Gang war. Seth, was macht der denn hier? Unser Flehen ignorieren. Ist der nicht auf eurer Seite? Seth, der steht auf gar keiner Seite. Die Rebellen haben veränderte. Das ist ein Albtraum. Zum Glück taucht Seth manchmal auf und schlägt sie zurück. Aber nur, wenn ihm das gerade in den Kram passt. Hey, passt doch auf! Du weißt nicht, wie übel es ist, Cloud Rider. Ist schon in der Sau veröffentlicht. Wir dachten, wir entkämen der Apokalypse. Wir dachten, wir könnten ganz neu anfangen. Tja, wir lagen falsch. Ich lag falsch. Ich habe hier das Sagen. Weil ich die einzige Offizierin bin, die noch lebt. Die Rebellen vor unserer Tür, die sind brutal, sadistisch und haben uns umzingelt. Uns fehlt es an Nahrung, Munition. Und wenn uns diese Freaks nicht töten, dann bestimmt der Planet. Willkommen zurück. Für den schwarzen Pilz im Wald gibt es kein Heilmittel. Die Berge voller Abscheulichkeiten. Die Anomalie-Stürme werden jedes Jahr stärker. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenn wir keinen Weg aus dem Tal finden, wenn kein Wunder geschieht, ist es mit dem Rest der Menschheit endgültig vorbei. Ich habe jetzt Kräfte, die ich nicht verstehe, aber möglicherweise gibt es einen Grund. Ja, du bist... Jetzt weiß ich, warum ich dir damals das verdammte Leben gerettet habe. Wahrscheinlich hast du dir das ganz anders vorgestellt. Ich beschwere mich nicht. Hilf mir, das zu verstehen. Oh, oh, oh. Zieht sich zu, alle. Mich nicht, warum? Warum wurde ich verändert? Woher soll ich das wissen? Wenn der Sturm kommt, wenn manche zerfetzt, andere kriegen es abholtet, ja. Einzige... Kaum Nahrungsmittel, kaum Alkohol, aber Hauptsache Alkohol. Ja. Alkohol muss da sein. Ja. Das ist... Das war wie bei Anno. Ich hebe die Naturgesetze auf. Sonst brennen die Leute die Hütte ab. Der Sturm muss her. Ja. Ja. Sind alle tot. Du hattest einfach Glück, Boss. Naja, oder auch nicht. Hauptsache, du bist auf unserer Seite. Ein Veränderter behindert den Nachschub und unsere Waffen richten nichts aus. Bei der alten Solaranlage. Seth wollte uns ja nicht helfen, aber jetzt bist du da. Hm. Hey. Warum nicht? Ich könnte der Menschheit Zeit verschaffen. Lieb. Was? Was zur Hölle war das? Die ganze Front ist kollabiert. Wie ein Erdbeben oder... Wir haben unsere erste Verteidigungslinie verloren. Unterwegs. Los, los, los. Hey. Hey, falls sich keine Gelegenheit mehr ergibt. Ich hab dich gesucht. Aber alles ging schief. Wir rannten um unser Leben. Ich... Vergiss es. Ich lebe. Ich wäre schon zehnmal gestorben, wäre Tanner nicht gewesen oder Shira. Ich muss jetzt meine Schulden begleichen, Jakob. Boss, ich hab dich vermisst. Gut, dass du wieder da bist. Jetzt knöpf dir diesen Veränderten vor, damit wir den Kampf wieder aufnehmen können. Hätte ich das alles gewusst, hätte ich mich nur mal in eine Schlafkapsel umgedreht, ey. Ja, er trinkt wieder aus seinem Fingerhund. Aber gibt's wirklich Leute, die so sprechen? Sef wollte uns ja nicht helfen. Aber jetzt bist ja du da. Ich spreche da jemanden so richtig theatralisch, Junge. Falls du in einem Stück zurückkehrst, frag mich ruhig. Ob ich auf alle seine Antwort habe, weiß ich nicht. Einfach den Reiter Missionen für Details. Ich muss nochmal zurück. Manchmal habe ich so schwarze Streifen im Bildschirm so... Ist das normal? Ne. Gravitations... Hier will einer was von uns. Irgendwie so ein harmlicher Mann. Ah, hier. Was, ein haariger Mann? Nein, keine Ahnung. Scheiße. Keine Ahnung, was ich gesagt habe. Ach so. Ja, ich habe keinen Scheißtag. Ah, für uns alle weht ein rauer Wind. Komm, einen Schluck heißen Tee. Komm rein, Meister. Einen Schluck heißen Tee. Ja, dann schlagen wir ihn tot, wenn es nicht klappt. Neue geteilte Mission. Recht bescheidenes Angebot. Oh, beachte diesen Krämpel gar nicht. All die guten Sachen sind nicht... Hättest besser gezahlt, Alter. Oh, hier. Mein Gott. Wir werden was niemals erfahren. Junge, wir wollten... Ja. Der wollte mir Tee anbieten. Wir wollten... Genau, Alter. Ist mir egal. Ich dachte, das ist auch Tee. Er wollte mir gerade die guten Sachen zeigen. Hab nur Befehle ausgeführt. Wessen Befehle? Barker. Der Anführer der Blutrunde. Er will alle Händler in Riftan ausschalten, die nicht für ihn arbeiten. Mein Gott. Ist das behindert, ne? Kaum Menschen mehr auf der Welt. Echt mieser. Verreisen schon und dann knallen sie auch noch die Letzten ab. Weißt du? Ja, ja. Das ist doch klar. Das ist... Die Menschheit wird sich nie ändern. Du kannst immer... Ach komm, ein schlechter Tag, hä? Mein Gott, jetzt ist der Tod, ey. Ich hab mal auf mein Schwarztee mit Zucker und Zitrone so gefreut, ey. Dann frag mich mal. Ich hab gepennt, also jahrelang. Oder vielleicht gab's nen Zinscher-Tee. Ich hab keine Ahnung. Was ist das? Was nen Zinscher-Tee? Zinscher. Grün-Tee. Ach so. Wo müssen wir denn hin? Wie er sich auskennt. Ein echter. Hier müssen wir hin. Ein echter Experte. Ein Teetrinker, Junge. Aha. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Wir müssen Bluthunde umlegen, oder? Wir müssen jetzt deren Mission machen? Ne, ne. Ich hab erstmal die Nebenmission angenommen. Ich hab keine Ahnung, was ich angenommen hab. Wer tritt das von dieser Bluthunde? Ah, da müssen wir noch einen runter. Ach, da geht's noch mal. Ah, okay. Ich guck erstmal nach Dokumente hier. Dokumentation der Dokumentation? Aber ist nix, oder? Ne. Können's annehmen. Oh, hier. Er legt schon an, Junge. Knie nieder, Hund. Müsst ihr neben Mission starten? Ja, dann starten wir mal neben Mission. Gut. Die knallen wir alle ab. Die Hurensöhne. Statt hier im Kampf mitzuwirken, aber sitzen sie da unten, weil hier die Herrschaft an sich reißen, die Arschlöcher. Oh, es ruckelt. Da musst du die Grafik runterstellen. Also, ich hab über 100. 110, oder? Oh, jetzt ruckelt's auch. Habt recht. Muss da mal geladen werden hier. Oh, ja. Nachladen ist an der Attacusordnung. Hey, ich schieße die Gantorn vorbei. Hey, ich schieße die Gantorn vorbei. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Nein. Das ist ein großer Dicker. Der ist schon tot. Kamerade. Oh, den hast du in den Kopf weggeballert. Ein kleiner Typ. Ja. Oh, jetzt warst du's. Du warst am Drücker. Wir sind zwei geile Typen. Was, hier geht's um die Butter? Hier geht's um die Butter, hat einer gesagt. Ich glaube schon. Oh, ich brauche den Schruppchen. Oh, ich brauche den Schruppchen, Junge. Oh, ich muss nachladen. Inflation. Was? Ach, ich brenne wieder. Schlag doch zu, Alter. Ich denke gerade, du musst viel Nahkampf töten, ne. Sonst weißt du dich. Ja, ja. Ach, komm, lath mach, Alter. Was ist das? Ich habe hier... Was sind denn da um mir? Alter. Mach Fähigkeit. Ich komme gleich, Eric. Was wollte er machen? Hier waren Kisten überall. Ich weiß nicht, ich will wahrscheinlich wieder zocken. Computer anmachen und so. Hier war noch eine Kiste hinten in dem Raum. Dann müssen wir mal gucken, ob wir die aufmachen können. Hier sind Dokumente, Junge. Ach, scheiß drauf. Hier. Gut, warte mal. Was? Hier sind Dokumente. Ach, da. Was ich schon rumtreibe. Wo hast du denn die Kisten gesehen? Warte, ich zeig's dir. So, hier raus. Dann links, dann rechts, dann dreimal drehen. Ja, links, wieder links. Jetzt rechts. So, alles aufgehoben. Zieh doch nicht andere Stiefel an. Die stinken. Für meine eigenen, neuen. Durch die Jauche gelatscht. Kann man hier rein? Nein, kann man nicht. Da kamen die Gegner raus. Ach so. Geht weiter mit dem Camp 4. Welche Waffe habe ich denn eigentlich aktiv? Da, wo das Häkchen dran ist, an der Ecke. Ah, ja. Schön. Wenn du auf seine Gadjacks ballerst, dann explodiert der oder sowas. Hinten auf dem Rücken. Okay. Ich muss jetzt mal Nahkampf machen. Er hat noch eine Granade fallen lassen. Ach, leben. Ich seh's. Sturm vor, Alter. Oh, Alter. Ich guck mal an die falsche Taste. Ey, mach ihn tot. Mach ihn tot. Rette dich. Rette dich. Rett dich rein. Nein, raus hier. Ui, ui. Mann. Nein. Nochmal. Nochmal. Ich kann mich selber wieder beleben. Was, Kalowitsch, treibt sich schon mal. Macht hier schon mal alles im Leingang, Junge. Ja, ich bin meine Fähigkeit. Ich bin auf der Kine. Ich verwechsel mal die Tasten, Alter. Das kotzt mich an. Ich laufe hier aber. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo Drohnen liegen oder so. Ich hab den Lut am Bildschirm. Knapp. Ich hab doch von dir noch gar keine Fähigkeit gesehen. Was machst du denn so für Fähigkeiten? Ich hemmere einfach rum. Ja, du hast doch 30 Tipps oder nicht? Also, die Stoßkegner zurück und so. Ja, die eine habe ich. Ich benutze meistens bloß die Eins. Ich muss hier mit der Steuerung auch hin und karkommen. Komisch. Hier ist die Kiste unten, eine Lootkiste. Okay. Was heißt denn unten? Der unter dir. Ach, da. Was sich schon mal rumtreibt. Warst du hier schon mal? Kennst du dich aus? Wie gesagt, das war eine Demo. Aber ich guck einfach nur. Ja. Ich hab ne... Was hast du... Kann ich Waffen fallen lassen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich wüsste nicht, wie. Tritt Parker dem Anführer der Bluthunde entgegen. Ah, na los dann. Machen wir den Arsch mal kalt. Was war das? Ich hatte doch gerade... Du hast so lange gebraucht. Ich hatte mir einen Spruch zurechtgelegt. Trotzdem danke für die Rettung. Ist der Mr. Scheng gewesen, den wir... Der mir DT angeboten hat? Sagt es dir. Ja, wahrscheinlich. Er hat sich nicht vorgestellt, der Hund. Ja. Er ist an einem besseren Ort. Als wären Rebellen noch nicht genug, die uns das Leben zur Hölle machen, ziehen auch noch miese Gangster durch die Straßen, die uns hier dritten hatten. Wieso sagt die zu uns Wichser, oder? Wir haben die gerettet. Der Typ, der den getötet hat sich nicht. Ja. Ich weiß. Sie hat uns dabei so angeguckt. Wichser. Sie hat eine Taschenlampe im Maul. Ach, hab ich nicht drauf geachtet, Mann. Die Zunge hat so geleuchtet. Ja, ich bin Adam. Ja, ich schaue bei dir rein. Ja. Und Adam erkannte Eva. Wie, das war's wohl jetzt? Hier sind Dokumente, Junge. Das Wichtigste. Ach, scheiß. Ach, jetzt... Alter. Jetzt verstehe ich das immer. Wenn ich die Lootkiste aufgemacht habe, woanders, hast du dann Loot gekriegt? Äh, glaube nicht irgendwie. Oh? Hab ich noch nicht drauf geachtet? Weil ich hab jetzt nichts gekriegt, ich glaube. Das ist krass. Das wusste ich nicht. Was denn? Äh, da müssen wir mal nächstes Mal drauf achten. Wenn du ein Loot nimmst... Nee. Dann krieg ich den, glaube ich, nicht. Wenn du den aufmachst. Ehrlich? Ja, da müssen wir gleich mal nächstes Mal drauf achten. Hier sind auf jeden Fall Dokumente. Wenn wir nächstes Mal bei der Kiste nehmen, achten wir mal da drauf. Ja, aber ich glaube, sonst hast du, wenn du die Kisten aufgemacht hast, kam auch was für mich rausgekleckert. Dann müssen wir gleich mal gucken. So, wir reisen. Achtung, es geht los. Ich muss doch erstmal mein Okay geben, sonst geht gar nichts hier. Ich sag verzögern. Alter. Ehrlich? Ey, ist nicht dein Ernst, oder? Natürlich nicht. Dachte schon. Ich hab schon wieder einen kleinen BF fast gekriegt, ne? Mhm. Ich war fast wieder kollabiert. Wieder Hauptmission verfolgen. Okay. Okay. Kämpf dich bis zum Solarboot. Wir können aber auch, da hinten ist ein Häkchen, da können wir das, glaube ich, abgeben, die Mission. Die Ne-Mission. Oder was ist das hier? Ja. Ja. Ach, das ist der Laden, oder? Was hattest du denn anzubieten? Möpse. Ich hatte gehofft, dich hier nochmal wieder zu sehen. Tja, du hast einen miesen Tag 2,5% besser gemacht. Und ich brauch einen neuen Händler, jetzt wo Chang tot ist. Ich brauch's. Also ich geb dir auf mein ganzes Angebot einen besseren Rabatt. Ey, Errungenschaft freigeschaltet. Wähl eine Belohnung. Lebensanzug, Waffe. Lebensanzug, ja. Vielleicht krieg ich nicht schlecht an. Was ist das? Ich glaub, ich nehm die auch. Sag. Postig. Oh, ich hab die Scharfschützengewehr genommen. Oh, automatische Schrotplinte. Wow. Die hört sich nicht schlecht an. Ich glaub, die nehm ich mal. Ich krach auf mir einfach. So, ich hab die genommen. So, jetzt verkaufe ich mal was hier. Was kann ich verkaufen? Genau, bis zum Salatdurm sollen wir uns durchkämpfen. Achso, du bist schon wieder irgendwo. Ja, ich bin da hinten. Also, wo wir weitermachen wollten. Oh, ja. Oh, ja. 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 Mhm. Wie sie vorbeikommen. Wie die kaputten. Lagerbuch, Notiz freigeschaltet. Ja, ey, komm zurück, hier sind Notizen. Achso, Alter, ich war schon fast am Turm. War schon wieder fast durch, das Spiel, ne? Hier oben. Ja. Mensch, mir aus dem Weg, Alter. Was? Hier geht's nicht weiter, sagt er. Ich hab keine... Ach, hier hinten. Ah, okay. So, gut. Boah, ein Automatisch rüber. Das wird gleich fetzen. Ich hab ein Maschinengewehr, ein leichtes, glaub ich. Ein LMG. Okay. Das wird reinhauen. Ach, der Ticke ist bei mir vorbei gerade. Man sieht das einfach nicht. Der ist ja der Lug. Oh, Deckung. Achso, die Sniper hat gar keine... Das ist mehr so ein... Kein Zielfernroh. Ey, Ticke ist immer in Deckung. Boah, Alter, die sind stabil. Boah, Alter, die sind stabil. Hier wird einfach alles pulverisiert, Junge. Die Sniper sind auf einer Granate. Ui. Ja. Oh, ich brauch Heilung schon wieder. Was hab ich denn jetzt hier gemacht? Ah, ich hab irgendeinen Angriff gestartet, Junge. Ich muss den Nahkampf töten. Ah. Scheinbar muss der Nahkampf immer aufgeladen werden, irgendwie. Oh Mann, Deckung hier. Deckung, Alter. Gehst du mal in Deckung? Oh, eine Granate. Junge, Junge, Junge. Oh Mann. Oh Mann. Heilst du dich auch durch Fähigkeiten, wenn du welche machst? Habe ich irgendwie noch nichts mitgekriegt, glaube ich. Oh, jetzt sind Fähigkeiten. Pass auf, siehst du hier das? Den Loot? Das grüne, ja. Okay, das sind Stiefel, ne? Stiefel. Ja? 86er-Rang. Ramponierte Stiefel. Ich nehm sie mal. Ja, ich hab sie auch genommen. Ach, du hast sie schon genommen? Ja. Ich hab sie gleich angezogen. Gleich angezogen. Guck mal, hier ist was zu losen. Oh, hier ist ein Zahnrad. Musst du drauf achten. Das ist, glaub ich, Eisen oder so. Ah. Materialien. Ah, ich hab mich schon gewundert. Hä, wie machst du das? F gedrückt, glaube ich. Ach. Okay, stand bei mir nicht. Oder hast du es dann gekriegt? Wahrscheinlich war... Hast du Eisen gekriegt? Guck mal, ich... Guck mal, ich... Ich weiß es nicht, hab das jetzt irgendwie nicht... Ich, für das Inventar meins. Ja, Eisen hab ich gekriegt, irgendwie. Ich hab... Eisen, die 147 steht jetzt bei mir drin. Okay, dann hast du schon mehr, oder? Hm. Keine Ahnung. Vielleicht krieg ich mehr, weil ich ein cooler Typ bin als du. Die haben sich gedacht, ja, komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. So, das müsste alles gewesen sein. Keine Ahnung, ob hier noch was zum Looten ist. Ich hab keine Ahnung, wir gehen weiter. Ja. Brauchen wir einen Muni, Junge. Lag doch oben, glaub ich, rum, oder? Aber, pfff. Ja, hier unten ist noch was Eisen. Ja, genau, nehm du das mal. Herrlich, mit dem Presslufthammer. Ja. 137 gab's jetzt. 90. Jeder kriegt's anders, okay. Das ist eine Entdeckung. Kann man ja drüber springen, irgendwie. Okay. Schön in reinrammender Dingeln. Ach, hier ist Munition. Hier ist wieder eine Neb. Hier sind Dokumente. Oh, Dokumente. Junge, wie konntest du die mal sehen? Ist doch dein Job eigentlich. Ja, es tut mir leid. Zack. So, wo geht's denn weiter? Wir können eine Neb-Mission noch machen. Die ist da oben. Ach so, okay. Ja. Da ist ein kleiner Bossfight. Na dann, dann lassen wir uns nicht entgehen. Oh ja, Baby. Hey. Du kommst zu spät. Wie immer. Wir sind immer zu spät, irgendwie. Was ist dir passiert? Ja. Scheiße, wonach sieht's denn aus? Massakriert haben sie uns. Wir hatten sie umstellt und... Dank an der Käpt'n. Welche hast du gedrückt? Also es ist besonders an dem Käpt'n. Also nicht da, wo das Ausrufezeichen steht, ne? Hm. Hm. Das Ergebnis ist dasselbe. Wo ist er? Im Bunker, den Hügel hoch. Ich wünschte, ich wäre dabei, wenn du ihn für seine Verbrechen zahlen lässt. Ich schau mal bei ihm vorbei. Von der alten Zeitenwählen. Outrider, gib diesem Käpt'n, was er verdient hat. Outrider, gib diesem Käpt'n, was er verdient hat. Ja, ist er gut. Outrider, gib diesem Käpt'n, was er verdient hat. Los. Ach hier. Sie labert mich immer weiter voll, Alter. Gib diesem Käpt'n, was er verdient hat. Gib diesem Käpt'n, was er verdient hat. Ach so. Super. Ja, ich muss doch nicht... Entschuldigung. Super. Ich muss das doch, ne? Outrider. Ach so. Ich drücke mal J. Ach, Y. Gut, ich hab... Du kannst es gar nicht verzögern. Ich glaube, ich nur, ich kann es verzögern. Nee, ich kann auch verzögern. Ach so. Aber ich hab's gerade gemacht, weil ich dachte, man wird noch lesen. Ja, genau. Dann verzögere ich mal ein bisschen, mein ich. Bitte. Welchen Weltrang haben wir? Hey, du hast nur drei gemacht. Drei. Kann man denn... Hey, ich hatte überhaupt gar nicht die Wahl, Junge. Das stand einfach da. Kann man das nochmal machen mit den Weltrang? Wo war das nochmal? Ey, Alter, mach den platt. Erkippt uns ordentlich. Ey, hab ich getroffen. Empfindlich. Ey, da gehst du mal in Deckung hier. Ich kratze gleich ab. Wo ist das Bob-Breschen? Alter, da ist ein Sniper da oben da, Hund. Das dumme Schwein. Oh. Alter. Ich bin down. Ich auch gleich, wahrscheinlich. Oh, Alter, was. Hast gar keinen getroffen, oder was? Ja. Wie ist das so ein Stein vor deine Luft? Denk doch, was macht der Junge da oben? Du hast das mal gesehen, ja? Ja, du musst das auswählen, dann. Achso. Ey, lass uns mal ein bisschen flankieren, also nicht von einer Seite ran, oder? Ja. Was besser ist. Ich bin gleich wieder... Moose, Alter, leck mich doch. Was ist das? Ah, ich fahre... Manchmal komme ich, verdrück mich nicht immer mit den Tasten. Aber die automatischen Schrotflin ist doch nicht so geil. Ja, das MK... Na ja, man weiß es nicht. Die Gegner sind ja jetzt auch schwer hoch. Ja, schon, aber... Nee, aber... Pass auf, den roten Dingern muss es auf jeden Fall auswählen. Geh doch mal um die Ecke, du Idiot. Was ist das hier? Der Rest von deinem Staub? Oh, ich geh in den Arsch. Oh, ich muss ihn rollen. Nein! Ja, hier sind ein paar schwere Gegner. Na los! Er macht irgendwie nichts, Alter. Keine Wiederbelebung mehr. Halte eh gedrückt, um Hilfe zu rufen. Ja, ich bin gleich. Ja, ganz toll. Puh! 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 Wieso kann ich dir nicht zugucken? Du kannst nicht zugucken. Ich hab das nur aus meiner Perspektive gesehen, weil du sehr nah bei mir dran warst. Ach so. Ah, okay. Kommen wir gleich. Oh, Alter! Kann ich nicht mal kriechen? Juhu! Juhu! Oh, da oben sind aber auch viele, ne? Mhm. Wo bist du denn hier? Ich häng mir hier unter der Wand. Ey, geiler Typ. Oh, und schon geht's wieder los, Alter. Schon haben's... Alter, leck mich doch! Was? Fick. Gäh in Deckung, bitte. Und heil dich einfach ein bisschen. Also abwarten. Und schieß aus der Deckung. Heilt er sich wirklich? Ja, da musst du nur schießen. Welche Katzen schaden. Also bei mir ist es so, auf jeden Fall. Mann, mit dem Nahkampfangriff, Alter, er macht irgendwie nicht wirklich Schaden, Junge. Oder von mir schon, eigentlich. Aber ich hab ja auch eine andere Klasse als du. Oh ja, ich heile mich, wenn ich welche treffe. Ja, das ist ja auch ein Deckungs-Shooter. Manchmal muss man einfach in eine Deckung gehen. Oh, alle Waffen leer bei mir. Also man keine Kopfhundammel-Granaten hat, irgendwie mal. Ich glaub, das ist der Technik-Gym. Also der andere, die andere Klasse. Der hat so Gadgets und Granatenwerfen und so weiter. Ich muss da rüber, Junge. Das ist alles nix. Oh. Ah, au, ist kaputt, Alter. Ich hab, guck mal, bei mir stehen zehn Kugeln drin und ich kann nicht schießen. Versteh ich nicht. Diese dämliche Tagebuch-Notiz andauernd auf, hier Blende, Alter. Dieser Scheiß mitten im Kampf. Ich weiß nicht, ob du das mal gucken kannst, ob du das auch stellen kannst. Hier ist Eisen gleich. Hm, ich seh's. Ja, 63. Ich glaub, hier war irgendwo noch eins gewesen. War nicht gesehen zu haben. Ich bin mir auch nicht sicher. Oder war das das? Oder war das das? Ich nehm jetzt mal eine andere Waffe. Ich guck mal. Ach, ich hab gar keine. Ha. Jetzt hier ledig. Nicht? Du hast nur die Waffe mit? Aber dann verschrottet ich mal jemanden. Oh, hier ist eine Kiste, Munition. Der Kerl muss sich hier irgendwo verstecken. Ich dachte, es würde schwieriger werden, anders treiben wir einfach weg. Der Kerl ist ein Idiot. Hier ist eine Kiste, eine Lootkiste. Okay, warte mal, wo? Gegenüber. Ach, da bist du. Wir haben ein schönes gekriegt. Eine MP-Maschinenpistole. So, hier mein Zeugblick rum, ja. Gegenstand aufheben. Den einen hat er aufgehoben, als ich drüber gerannt bin und den anderen... Also, du kannst einstellen, einstellen, was automatisch eingestellt werden soll. Ah, ach so, ah, okay. Unterbrechung des Widerstands für eine Gegner, richtig? Gezielt, sozusagen. Nur ab blau oder ab grün oder ab lila. Aha. Ich habe das bei mir erstmal alles angezeigt, dass alles andere aufgehoben wird. Öffne die Tür. So, jetzt. Eröffnet. Hey, ich wollte da noch lesen. Ach, der Idiot ist das. Warum ist das denn schon wieder? Das ist doch der Penner, der uns am Anfang da in diese Öde dort gebracht hat, wo wir... Ich habe das Prolog ja nicht gespielt. Ich kann es dir ja nicht sagen. Na, ich will mich. Ich habe meistens abgebrochen, aber der Spinner kam irgendwie. An den kann ich mich erinnern. Oh, ey. Fucket uns ab, Alter. Alter. Ich bin tot. Komm. Ich auch. Aber er kann sich selber wieder bewegen. Ich drücke doch. Boah, ist das ein... Wieso drückt die Scheiße... Ich drücke doch die Scheißmaus das und er hängt in der Luft, Junge. Wie so ein Hackeklotz. Oh, jetzt bin ich tot. Komm, komm. Ich schieße ihm seine hässliche Fresse weg. Komm, Weltrang 3, ey. Was muss ich denn machen hier? Ich springe hoch und man sagt der Maustaste bestätigen. Ach so, dann kannst du auswählen, wo du hinspringen willst und den Schaden nachholst. Ja, mach ich doch. Und es reagiert einfach auf ihn nicht. Boah, wir müssen in Deckung gehen, sonst sterbt es, ja. Hab ich auf dich geschossen? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall bin ich gestorben. Ich glaube, wir können ihn nicht. Ja, ich auch. Warte mal, warte mal. Ich will mal kurz einen rauchen, bevor es hier weitergeht. Ich hätte ja auch gerade gelesen, aber da bist du ja weitergegangen. Ja, ich hätte auch gerne gelesen und da hast du geschrien, Luth. Ach so. Okay, bis gleich. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.